Jo Leute, dritter Versuch, endlich mal ein Video aufzunehmen. Ähm, wir nehmen, also wir zocken übrigens sowas, mit Ich hasse KFC, wir nehmen Team 3, weil das das Glücksteam ist von hinten. Und wir werden jetzt auch auseinandergenommen. Oh, ich hab... Das, was du dir denken kannst, wovon ich das vorfahre, ich bin es ja egal. Warte mal. Das ist noch Aufnahme. Achso, wir müssen ja noch Aufgaben machen, oder? Ach ja, stimmt. Leute, ich spiel übrigens auf Controller, weil ich sonst schlecht bin. Ich spiel immer auf Controller, ey. Da auf... mit Zone Wars spiel ich auf Controller, ey. Erstmal Granaten auf die Viecher werfen. Junge, sieh mal jetzt schon Team 2 an, ey. Ja, so, wir beide sind jetzt nicht die Besten, also... Ich hab nicht zu hohe Erwartungen. Ich bin genau so wie Michael Speedrun. Uuh! Spoiler, morgen 15 Uhr, äh! Ich glab's durch, lustig. Oh, low! Weg! Diese Gegner! so Leute, falls ihr keine Musik hört, das ist halt so wegen, so weiß, wisst ihr, so wegen Copyright, ja? Ich weiß nicht, ob ich da Rechte dran habe an Fortnite Musik, aber ja, es ist einfach nur ja, weil ich is eine Wasserhahre. Eine Wasserhahre. Wow, was ist denn vor mir? Eine Wasserhahre. Ach ne, 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 ne. Aber gleich alle 5 Runden aufnehmen. Alle 10, meinst du. Das sind 5. Das sind 10. in das ist immer bis zum Ende gucken wird doch m auf dem Buch so was auch weiter im gerne das Wort mit Frauen sie beide gerne sagen du weißt was mit V ja A die er er wird im Sagen die ein er er kommt die mit die die das war als du die Bedeutung Stabilität die Städte noch ein paar Mal und wenn ihr mit sich noch mal auf das schon der 5. Besuchladen das ist der zweite die die vierte und so Lass uns die fünf nehmen, sieh meine Schulnoten. Junge, meine sind aber drei und zwei. Meine Leute. Laberkilch. Junge, da einige erstmal die Umkleide, da hinten. Und bei mir ist kein Platz mehr. Oh, ich geh zu Mel... 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 Ich hab nichts, zupf... Und die größte Schwitzer als Teamate. Hallo... Was geht? Ich hab nichts auf. Welch Team bist du? Ich bin Team 4. Warum? Warum? Ich bin schon wieder fast tot. Warte, welch Team bist du? Fünf, dann? Prozent achten bis zu klingt niemanden das kann doch nie wahr sein man hat hier so aus ich habe sie wirklich schätzen war und angeblich Guck mal, die ist raus, Elena ist raus, Wunger, das ist ein Schwitzer, Mann. Ich bin ein Schwitzer. Giese, Wasser. Ich bin tot. Oh, Junge, mein ganzer Körper riecht nach Kartoffeln, nur weil ich unter meinem Schreibtisch einen Ball gesucht habe. Hä? Ich hab' zu Lego-Fußerspielen, ne, den Ball davon rollt immer weg, ey. Ich nütze mein ganzer Körper nach Kartoffeln, ey. Boah, ich weiß, dass ich vegane bin. Ich muss mich frittieren lassen, richtig nach Frittierung. Wenn du veganer bist, freundschaften weg. Wie so. Junge, ich lauf jetzt gleich ein, bei diesem Gameplay. Leute, wir sehen uns wieder, wenn diese Ding, diese Ding, einfach und geht es nicht. Guck mal. Ja, wir sehen uns wieder, wenn dieses Ding vorbei ist. Go, so Leute, im März ist wieder, ihr seid nie wieder da. Wir sehen uns wieder nach der kurzen Werbepause. Ja, das ist vieles gesponsert von Pring. Von mir, lang. Ja, featuring bei, ich hasse KFC. Wenn KFC mich nach einer Kooperation fragt, ne, ich will direkt ablehnen, ey. Weil, ihr wisst, ich bin eine Ente. Unschwer, meinen Namen zu erkennen. Ey, kann sein, dass ich in jedem Spiel Spiele Ente heiße? Vielleicht nicht. Digga, in meinem Spiel. Wenn man ein Spiel gut mag. Ach nee, bei Steam weiß ich gar nicht so. Ich hab ne goldene Rail, ne? Ja, ich guck dazu, ja. So, Leute, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ja, ich glaube, es ist ein Trick, das war ein Handy. Mein Gameplay sehen. Wie soll mein Gameplay sehen? Nein, Leute, wir sehen uns gleich wieder, das Spiel ist nicht zu lang. Wörtchen? So, Leute, wir sind jetzt hier wieder in der Scheißrunde. So, also. Nobio, yeet. So, Leute, wir sehen uns gleich wieder, weil ich bin jetzt schon gestorben. Und, ja. Traurig. Egal, ich bin jetzt schon fit. So, Leute, wir sehen uns jetzt hier in der nächsten Runde. Ich habe einfach keine Waffen. Oh, doch, hier. Junge. Junge. Ach, egal. Das muss ich schon wieder sein. Das war bei uns. Egal. War bei uns. Egal. Von allen Seiten wird das nicht geschossen. Warum? Warum wird ausgerechnet und nicht geschossen? Direkt tot. Leute, seht ihr den Luder da hinten? Ich habe heute mal mein Spiel, der, äh, das haben wir gesagt. Einfach sagen. ok guckst du auf den Fragezeichen? Fragezeichen? er ist so ist es was mit dem Video Ich will auf Punkt 10 Minuten kommen, deswegen tschüss und tschüss.